Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Gezuchen Sie ihn eben! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Die braucht eh keiner mehr. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Fegelein!